Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es hier war, aber allerdings... Ne, die Sachen sind nicht in der Reihenfolge, in der ich sie gekriegt habe. Ich kann sie auch leider nicht in die Reihenfolge sortieren, sonst könnte ich gucken. Ne, das ist nur ein Laden. Da war die Nekomantin drin. Ich weiß, es war ein Haus ohne Zimmer. Also nur ein großes Zimmer und eine Treppe, also nicht mal das. Auch nicht diese Variante. Und er war auf jeden Fall im Erdgeschoss. Also ja, sowas wie das hier war es. Katalondon, humf, humf. Was, wer ist da? Miau. Verdammte Katze. Humf, schnarch. Für euch, wenn das euer Wunsch ist. Die Geschichte des Nordens. Humf, Moment, ich hab... Mal, ich hab gar keine Katze. Wer ist da? Eine streudende Katze schlaft einfach weiter. Was leuchtet da eigentlich schlafschön, Kätzchen? Okay, wir gehen besser wieder, bevor auch die Idee kommt, das kannst du nicht reden können. Ich werde mich im Handum drehen, darum kümmern. Dann bleibt ja nur noch das Haus hier. Weil das Haus fällt aus den Angeln. Aber das Haus ist es auch nicht. Das hier ist Wurzhaus und Taverne. Hier können wir nirgends weihen. Und das hier war nur ein gemischt Warnladen. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Ich werde mich im Handum drehen, darum kümmern. Ich werde mich im Handum drehen, darum kümmern. Okay. Und das hier... Was ist das Haus hier? Nein. Aber es ist so ein Haus wie dieses hier auf jeden Fall. Ich werde mich im Handum drehen, wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handum drehen, darum kümmern. Es könnte noch das Haus oder das Haus da gewesen sein. Ich werde mich im Handum drehen, darum kümmern. Ah ja, hier ist Gorak. Genau. Hi. Ich bin geheilt. Nach all den Jahren, Jahren des Dahinrottes, ist es nun ein Ende gesetzt. Gesichert sei mit dem Mora. Möge mein Bruder endlich Frieden finden. Ihr seid gütiger, als ihr wisst. Tagebucheintrag. Gorak, der Geheilte. Wie erwartet hat die Rückgabe von Kerev Schädler, ein Anhänger Timoras, die kräftet sich an den Fluch auf Gorak gebrochen. Ersehnlich haben beide Brüder ihren Frieden gefunden. Ich habe nichts Wertvolles. Bitte lasst mich in Ruhe. Ja, gut. Äh. Gorak, der Kranke abgeschlossen. Ja. Wie ihr wünscht. Gut. Damit hätten wir das. Als nächstes sollten wir die Leute auf dem Marktplatz entsteinern. Okay, das hier war eine Taverne. Ihr braucht nur zu fragen, wie ihr wünscht. Wie kann ich... Ihr braucht nur zu fragen. Nicht dich kennenzulernen, Freund. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hm. Ja, Nadine wieder finden. Die war glaube ich auch irgendwo im unteren Bereich. Nee, hier drin war sie nicht. Hier drin haben wir Ogamagibill gekämpft. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und du bist auch nicht Nadine. Ihr braucht nur zu fragen. Ich weiß, dass mit Nadine hatten wir nach... Ähm... ...Gorak auf jeden Fall. Gemischtwarenladen, Gemischtwarenladen, Händlerliga, Gemischtwarenladen. Ja, Nadine aus Tabaldus Tor. Aber viele Möglichkeiten gibt es hier ja auch wieder nicht. Entweder das Haus hier... ...oder die daneben. Waren wir in dem Haus überhaupt? Ja, das ist wieder so ein Haus. Ah, hier sind nur Kinder. Gemischtwarenladen und Tavernen und Würzhaus. Hier gibt es so viele Gemischtwarenläden und Tavernen. Ich frage echt, waren wir hier drin? Ja, müssen wir gewesen sein. Wie ihr wünscht. Also ja, da ist Tiax, der Verrückte. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Gemischtwaren, Würzhaus, Tränkeladen. Ah, na, die finden wir sicherlich irgendwie. Sie könnte auch hier drüben gewesen sein. Ja, und da ist Philonio Gists Herrenhaus, wo wir hin müssen. Ich werde mich im Handumdrehen, darum kümmern. Das war auf jeden Fall nicht das Haus hier. Was, das Haus? Und dann bleibt noch das Haus da. Das ist etwas, was ich mir angewöhnen sollte, einfach mal selber Marker anzubringen für solche Sachen. So, das ist nur ein Mädchen. Ihr braucht nur zu fragen. Ich habe meine Püppi verloren. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen, darum kümmern. So, okay. Das heißt, auf zu Philonio Gists Haus. Das ist eine Fahne, rennt wieder, wieder Blitz. Das hier ist nur ein Spielzelt. Das brauchen wir nicht unbedingt. Na. Ein urtümliches Riesenrad. Wie ihr wünscht. So, hi Felonius Gist. Wenn ihr euch ungesehen habt, bitte ich euch höflichst zu gehen. La la la, wie ein Stein an. Nacht. Und wir schauen euch da mal. Ich trage die Schmerz. Ich trage die Schmerz. Dann schau ich noch. Ich trage die Schmerz. Und dann schau ich noch wieder. Ja, Männigkeitstrack ist gut. Das hier rein. Dann reden wir mal mit den Einzelnen. Unglaublich, was ich für Rückenschmerzen habe. Es kommt mir vor, als hätte ich die Ewigkeit gestanden. Vielen Dank, dass ich mich befeilt habe. Und nun sagt mir meinen Preis. Ich kenne mich bezäuner und dir das gleiche gut aus. Ich weiß, dass man jemand wie mich nicht einfach so rettet. Was verlangt ihr von mir? Mein Preis, ich suche nur einen Gegenstand, den Helm von Balnoran. Sobald ich ihn habe, können wir uns auf den Weg machen. Wenn ich diesen Gegenstand hätte, hielt ich das für kein gutes Angebot. Mein Leben für einen solch mächtigen Gegenstand. Wie viele will ich solche Dinge einfach hinnehmen? Und sucht ihn doch ruhig meine Kameraden. Vielleicht denken sie ja anders. Na, dich kennenzulernen, Freund. Ich erwache aus dunklem Schlummer und sehe vor mir eine Deva. Sicherlich seid ihr so ein Wesen, dass ihr mich habt retten können. Ich heiße Vale. Bitte erweist mir die Ehre und nimm mir ebenfalls seinen Namen. Ich heiße Benoie und ich bin hier, um den Helm von Balnoran zu finden. Den Helm von Balnoran, ja, davon habe ich gut gehört. Darf ich fragen, warum ihr danach sucht und wer hat euch überhaupt davon erzählt? Ich wurde von Dekodell beauftragt. Er sagte, dass ihr glücklosen Kerl in den Helm habt und ihn vielleicht gegen die Freiheit eintauscht. Das hat er gesagt. Leider ist er im Unrecht. So dankbar ich auch bei eurer Hilfe bin, so wichtig ist mir auch der von euch gesuchte Gegenstand. Ich habe ihn hart erarbeiten müssen und passe gut auf ihn auf. Muss ich jetzt diese historische Besonderheit aufgeben, die mir so viel bedeutet? Überlegt es euch nochmal. Wir sind alle Abenteurer, sei es auf Bezahlung oder vom Porsche-Geist getrieben. Lasst mir, mein Schatz, ihr wisst genau, dass ich ihn verdient habe. Ich höre euch wohl, bleiben aber dabei. Ich muss meinen Auftrag erfüllen und mit dem Helm zurückkehren. Eure Worte klingen nach der Wahrheit. Ihr dürft den Helm behalten. Ne, nehmen wir die zwei. Wenn ihr mich der hat, den Dreck muss ich wohl nachgeben. Haltet mich jedoch nicht für zu leicht besiegbar, denn ihr müsstet den Helm erst finden. Ihr hattet doch nicht geglaubt, dass ich ihn bei mir trage, oder? Wenn ich ihn aufgehabt hätte, hätte mich wohl nicht das Schicksale ein, von dem ihr mich gerettet habt. Sucht, wo es euch dieser Hinweis befehlt. Vielleicht findet ihr ihn dann, vielleicht auch nicht. Ich werde euch dabei nicht behilflich sein. Seid ihr nun zufrieden oder müsst ihr erst kämpfen? Ich lasse euch am Leben, denn ich habe jetzt, was ich wollte. Da geht mir aus den Augen. Ich danke euch dafür, dass ich mich wieder zum Leben erweckt habe, aber er wartet nichts weiter von mir. Der Elfenweil hat mir eine Schrift untergegeben, in der der angeblich verantworteten Baldurans Helm beschrieben ist. Ich gehe schweren Herzen, sie die morgige Schlacht, da ich weiß, dass ich vielleicht nicht überlebe. So ist das Leben, und manch ein Narr hat für weniger Gold, als ich bekommen werde, schon weit mehr riskiert. Dadurch kann ich dir gedanklich ertragen, all die Schätze, für die ich so hart gearbeitet habe, zu verlieren. Um dies zu verhindern, schreibe ich mir selber diese Notiz, weil sich eine Verletzung alleine leide, die mich verhindern sollte. Jede Schlacht gegen einen Magier birgt dieses Risiko mit sich.